Hier sehen Sie die Zimmer im Kolosseum. Wir haben ein Zimmer mit Verbindungstüren, wir haben sogar zwei Einzelzimmer bekommen, auch schön. Und das sind alles Vierbettzimmer. Da könnte man dann quasi zu acht, wenn man mal möchte, könnte man dann zwei Verbindungstüren nehmen. Und hier sind die Kinderbetten, ganz süß eingerichtet. Mit schönem Bild. Und hier hinten sehen wir dann das Balrog, ist die Rückseite dann direkt. Der Leuchtturm, ganz ganz toll. Hier haben wir unseren Zimmerausweis. Und hier haben wir das Gleiche dann nochmal, die Verbindungstüren. Der Matthias, der freut sich richtig auf die Veranstaltung. Genau, ich freue mich richtig auf die Veranstaltung. Und das Hotel ist super schön, die Zimmer sind riesengroß. Und ja, recht nett und kreativ eingerichtet. Überall auch die gleichen Bilder, gleicher Ausblick, super schön. Ich bin gespannt. Vielen Dank.